Hallo Freunde und willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind auf der Suche nach den Räuber des Auge Innos und haben ihn noch immer nicht gefunden, aber wir müssen ihm ganz dicht auf der Spur sein. Ich habe jetzt hier in eurer Abwesenheit ein paar Minuten gewartet, damit es gleich wieder hell wird, damit nicht schon wieder die komplette Folge hier im Dunkeln spielt, sondern damit wir was sehen. Aber als allererstes will ich mal auf die Karte schauen. So, wir sind da nämlich ein Stück vorbei an diesem schwarzen Droll, weiter im Westen. Und da geht es jetzt in eine kleine waldige Fläche, beziehungsweise da auf der rechten Seite, also rechts vor mir, ist noch was. Und das schauen wir uns jetzt an. Ich bin mal gespannt, ob wir hier das Gesuchte finden. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Es ist schon sehr lang her, dass ich Gothic 2 gespielt habe. Und da habe ich leider auch schon wieder... Ach, oh Scheiße. Da habe ich leider auch schon wieder meine Fackel fallen lassen, wollte ich sagen. Können wir die eigentlich noch einsammeln? Ne, die brennt da. Aber können wir leider nicht mehr einsammeln. Schade. Denn so viele Fackeln haben wir gar nicht dabei. Noch zwei Stück oder so, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich dachte, wir können jetzt hier eine Weile rumrennen. Aber so wie es aussieht, wird es sowieso schon langsam wieder hell. Ist gar nicht so schlimm. Was ist denn da vorne? Ohne nichts zu holen. Ach du Scheiße. Das ist doch ein Suchender, oder? Hm, solltet ihr vielleicht abspeichern vorher? Ne, ist egal. Wir sind erst ein paar Meter grand hier. Ich gehe da jetzt mal zu dem hin. Hey. Du kommst zu spät. Wir haben das Kugel-Innos zerstört. Auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses Unterfangenes doch war, den Meister herauszufordern. Hey, Leute. Na super. Drei Stück auf einmal. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen viel. Wie sollen wir das denn schaffen, eh? Ich lade jetzt nochmal rein. Ich habe auch dieses Aufnahmezeichen auf der Seite deaktiviert. Das sollte uns in Zukunft nicht mehr stören. Also das ist der Videoaufnahme, meine ich. Und ich überlege mir gerade, wie wir das hier verdammt nochmal packen sollen. Da vorne sind die Scavenger. Das ist doch kein Problem. Die hauen mir jetzt gnadenlos um. So, da sind sie. Und da kamen auch noch ein paar Goblins angerannt, glaube ich, vorhin. So, und wo sind die Goblins? Da vorne sind auf jeden Fall wieder die Suchenden. Aber diesmal sind gar keine Goblins da. Verdammt, die müssen ja auch noch irgendwo stecken. Ich weiß nicht, was du holst. Ich höre sie auch schon. Aber ich habe keine Ahnung, wo sie sein sollen. Ja, wie schafft man das denn jetzt? Das sind drei Suchende auf einmal. Da steht doch auch irgendjemand, oder? Du kommst zu spät. Wir haben das Auge in uns zerstört. Auf dass es seine Macht niemals zurückerlangen wird. Wir werden dir jetzt zeigen, was für sinnloses Unterfangenes doch war, den Monster herauszufordern. So können wir es schaffen. Also, da ist noch ein Einzelner gewesen. Ach du Scheiße. Fuck you. Zieht ein Schwert, Junge. Das geht schon wieder gut los in dieser Folge hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es geht schon wieder gut los in dieser Folge. So, jetzt werden wir erstmal das Gold mitnehmen. Da ist auch noch ein bisschen was. Toter Novize. Ah. Habe ich gar nicht gesehen hier im Dunkeln. Gut, ich glaube, das war es. Das Auge in uns ist am Arsch. Und da vorne gehe ich besser nicht hin zu den anderen Suchenden. Das sind drei Stück, die werde ich kaum packen. Hm, ich würde sagen, wir gehen zurück ins Kloster und berichten dem guten, wie heißt der, Pyrocar, von dem, was wir jetzt gerade erlebt haben. Und zwar, dass das Auge in uns kaputt ist. Ich schaue gerade mal, ich renne hier nochmal ein bisschen zurück. Und dann schaue ich mal, ich glaube, wir haben eine Rune dabei, dass wir den ganzen Weg nicht hier zurücklaufen müssen. Machen wir auch jetzt hier an dieser Stelle. So, warte mal. Was haben wir denn für Rune dabei? Zur Hafenstadt. Zum Kloster. Das legen wir mal auf die Tasse 7. Und ab geht's. Sehr schön, willkommen beim Kloster. Und ich würde sagen, ich speichere einfach mal, und zwar auf einer anderen Stelle. 154, jawohl. Und wir rennen direkt rein. So war das nicht geplant. So war das geplant. Genau. Ich bin gespannt, was der Pyrocar zu sagen hat. Jetzt, wo das Auge in uns zerstört ist. Ich habe das Auge in uns gefunden. Es ist zerbrochen. Aber, das kann nicht sein. Was ist passiert? Es war bei einigen echt miesen Kerlen. Jedoch kam ich zu spät. Sie hielten dort oben in den Wäldern eine seltsame Beschwörung auf einem sichelförmigen Ritualplatz ab. Enos, steh uns bei. Sie haben unseren Sonnenkreis entweiht. Selbst in meinen schlimmsten Träumen hätte ich nicht damit gerechnet, dass sie solch eine Macht besitzen. Was können wir tun? Der Feind ist sehr stark geworden. Doch die Zeit ist gegen uns. Doch die Zeit ist gegen uns. Nur er weiß in unserer misslichen Lage, was zu tun ist. Bringe das Auge zu ihm. Beheile dich. Was ist der Sonnenkreis? Zu jenem Ort reisen alle Magier und Novizen des Klosters jedes Jahr zur Sonnenwende, um den Beginn eines neuen Zyklus einzuleuten. Der Ort ist erfüllt von der unermesslichen Kraft der Sonne. Niemals hätte ich auch nur im Entferntesten geahnt, dass seine Macht hätte umgekehrt werden können. Und doch ist es geschehen. So, wir sollen also zu Vatras zurück. Vatras müsste ja unten in Korinis rumstehen. Aber ich würde sagen, wir heilen uns jetzt erstmal die Besessenheit. Ich glaube, ich bin besessen. Kannst du mich heilen? Nicht ohne ein Zeichen deiner Ehrerbietung diesem Kloster gegenüber, mein Sohn. 300 Goldmünzen. Okay. Gut. Hier hast du das Geld. Hier, trink das. Möge die Gnade Innos dich erlösen. So, der hat uns jetzt ein feines Bräu gegeben. Das können wir jetzt trinken. Ich hebe mir das jetzt nochmal auf. Und siehe da, draußen wird es auch wieder hell. So, wir können jetzt laufen. Wir können uns auch teleporten. Ich glaube, wir teleporten einfach mal. Geht vielleicht schneller. So, ich weiß allerdings die Nummer nicht mehr auswendig. Beziehungsweise, ich habe die gar nicht gespeichert, glaube ich. Teleport zur Hafenstadt. Dann machen wir das auf die 8. Genau. So, nochmal 8. Oh, ich sehe gerade was. Ihr wahrscheinlich auch. Wir haben kein Mana mehr. Das heißt, ich haue mir jetzt noch schnell einen Mana-Drank rein. Dankeschön. So, 8 nochmal. Nochmal 8. Ich glaube, ich habe mich eben verklickt gehabt. So, willkommen zurück. So, jetzt müssen wir es erstmal wieder zurechtfinden. Ach, wir sind da unten am Hafen. Okay. Gut. Dann gehen wir da hoch. Da müsste ja was anderes rumstehen. Sofern er denn so früh morgens schon unterwegs ist. Wir werden das gleich sehen. Ins Bett legen brauche ich mich ja eigentlich nicht. Jetzt, wo der Tag wieder anfängt. Und den Drang, den wir eben vom Pyroka für 300 Goldstücke abgekauft haben, den werde ich erst benutzen, wenn wir uns wieder hinlegen. Da das die einzige Auswirkung ist, die ich kenne, dass man eben sich nicht mehr gesundheitwährend im Schlafen, wenn man besessen ist. So, ich habe da ein Problem mit dem Auge Enos. Ich habe da ein Problem mit dem Auge Enos. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Und erfordert dein Problem, dass ich die Stadt verlassen muss? Weiß nicht. Möglich. Ich warte schon seit Tagen auf meine Ablösung. Die anderen Wassermagier sollten schon längst wieder in Korinisch sein. Sorge dafür, dass wenigstens einer von ihnen mich in der Stadt ablöst. Dann kann ich dir sicher auch bei deinem Problem helfen. Ach, du alter Arschlecker, ey. Wo soll ich denn das jetzt schon wieder herbekommen? So, was gibt es dann hier noch? Kann er mir überhaupt keinen Tipp geben oder was? Kannst du mich heilen? Erzähl mir über die Götter. Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Ich will Adenos etwas spenden. Ich habe noch mehr Steintafeln für dich. Was muss ich tun, um mich in dem Ring des Wassers anzuschließen? Gut, dann klicken wir halt mal das mit den Steintafeln an. Gut. Hier. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Danke, mein Bester. So. Wir sollen also jemanden holen, der Vatras hier ablöst. Hm. Na toll. So, wir haben jetzt hier irgendwo ein Questbuch. Ablösung für Vatras. Vatras wird mir bei meinem Problem mit dem Auge Innos nicht helfen können, solange kein anderer Wassermagier ihn in der Stadt vertritt. Ja, das ist die große Frage. Wo bekommen wir den her? War da nicht irgendwo noch einer, der da rumstand oder so beim Kloster? Oder sollen wir jetzt nochmal zurück zum Kloster und dann nachfragen? Milton, der könnte doch dahin gehen, oder? Ja, der gute Milton könnte dahin. Das heißt, ich muss mir nochmal einen Mannerdrang reinballern. Und wir reisen nochmal direkt zurück zum Kloster und fragen mal die Kollegen dort. Boah, ich bin da wahrscheinlich auf der falschen Fährte, aber wenn wir es nicht ausprobieren, weiß ich es nie. Dann muss ich wieder irgendwo in einer Lösung nachlesen. So. Hm. Weißt du, wo die anderen sind? Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeaufenthalt bei Garand ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Nach dem Kerkeessen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Sölden auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Keine Ahnung, was er damit meinte. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. So, ich blick dir das jetzt mal nicht durch, weil das bringt uns auch nicht weiter. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, das sind ja gar keine Wassermagier. Das sind ja hier die Feuermagier, ne? Wo kriege ich denn ein Wassermagier her? Verdammt nochmal. Komm, Palan, du weißt das bestimmt. Wo finde ich einen Wassermagier? Leider, so einfach geht es dann doch wieder nicht. Scheiße. Warte mal, wir gehen nochmal zu Pyrocar, vielleicht weiß der ja was. Ist ja ein bisschen blöd, man wird da richtig alleine gelassen. Was soll ich denn, was machen wir hier? Nö, der will jetzt nicht mehr mit uns reden. Hast du mir noch was zu sagen? Hast du mir noch etwas zu sagen? Entferne dich. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Aber wenn du mir einen Tipp geben könntest, wäre es auch nicht verkehrt. Gibt es was Neues? Gibt es was Neues? Nein. Nichts, was du nicht schon wüsstest, Bruder. Ach, das ist wieder der mit seiner etwas müden Stimme. Wassermagier. Kryo, denk nach. Wo waren Wassermagier? Verdammt nochmal. Schauen wir nochmal auf die Karte. Vielleicht kommt da irgendwie die Erleuchtung. Nicht die Einleuchtung, die Erleuchtung. Ein Wassermagier da unten, aber ich glaube, da war doch noch irgendwo einer. Verdammt nochmal. Bei den Söldnern da hinten? Ne. Da vorne auch nicht. Ne. Auf dem Hof? Keine Ahnung. Verdammt nochmal. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mal kurz in die Lösung eingeschaut. Man muss es ja nicht komplett blind spielen. Man darf ruhig ab und zu mal in die Lösung reinschauen. Aber jetzt ist es natürlich zu spät. Jetzt müssen wir hier durch. So, bist du ein verkleideter Wassermagier oder was? Besser du verschwindest von der Straße. Ne, lass nochmal stehen, ist doch egal. Ich renne jetzt hier einfach mal durch. Vielleicht kommt mir ja während dem Rennen die Erleuchtung. Wenn sie mir eben schon bei der Karte nicht gekommen ist, vielleicht jetzt. Ach, ich überlege, wo bekommt man sowas her? Ich meine, wir werden schon mal jemandem, einem Wassermagier, also einem anderen, außer Vatras, über den Weg gelaufen. Aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Hm. So, hier ist es auch schon wieder erstaunlich still. Ach, ich würde da gerne wissen, was passiert, wenn wir dann zur Taverne gehen. Ob der immer noch böse auf uns ist? Der wird mir schon wieder den Schädel einschlagen wollen, wenn ich da zu nah dran gehe. Ich fürchte es. Oder er will sein Geld. Eins von beiden. Wobei wir da wieder das Thema hätten, ich habe doch eigentlich nur für einen Tag bezahlt. Wieso will er denn jetzt hier das Geld komplett haben? Hm. Fragen über Fragen. Komm, wir gehen da nochmal rein. Gucken mal, was er macht. Ach, du Scheiße. Er ist immer noch böse. Er ist immer noch stinkig auf mich. Gut, in welche Richtung rennen wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll, verdammt nochmal. Schau mal, das ist ja ganz mies, eh. Hier geht es zu den Söldnern. So, rennt der eigentlich noch hinter uns her? Nö, da ist keiner mehr. Scheinbar ist er nie hinterher gerannt. Hier geht es zu den Söldnern. Wo geht es da lang? Ich schaue nochmal auf die Karte. Da geht es an diesem Weg vorbei. Ach, das ist der Weg praktisch, den wir gegangen sind. Beziehungsweise sind wir am Fluss entlang geschwommen. Dann machen wir nochmal folgendes. So, ich speichere nochmal ab. Denn ich weiß nicht, was da für Gegner auf uns zukommen. Und wir gucken einfach mal, ob es hier noch irgendwas Interessantes gibt. Da sitzt auch jemand. Feldknüterisch wird eingesammelt. Freund oder Feind? Das ist hier immer die Frage. Dragomir. Ich kann mich ganz gut verteidigen. Was machst du denn hier draußen? Na ja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Ist es hier draußen nicht so gefährlich? Na ja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit dir umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhandengekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferhalter. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu rennen. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Das war aber nicht da, wo wir jetzt am Anfang der Folge waren, oder? Meint der den. Hm. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Geschickter? Ja, ich wollte schon lange geschickt werden. Und zwar im Umgang mit Dietrichen. Dietrichen, damit ich Schlösser aufknacken kann. Was haben wir denn hier liegen? Pfeile, Kurzbogen. Komm, lass den mal liegen. Nicht, dass er noch stinkig wird, weil wir hier das Zeug klauen. Da ist schon wieder ein Suchender. Es ist sehr gut, dass wir unseren Heiltrank, beziehungsweise unseren Besessenheits-Antitrank, noch nicht getrunken haben. Da werden wir den nicht nochmal umhauen. Beziehungsweise, wenn ich meine Gesundheit so betrachte, dann sollte man vielleicht doch nochmal einen Heiltrank ballern. So. Jetzt kann es losgehen. Guck mal, der fängt direkt an hier, der Sauhund. Alter, und er hält auch wieder ausnahmsweise mal wieder viel aus, der dumme Sack. Unglaublich hier. So, wir nehmen mal die Kohle mit. Sehr schön. Und wir können uns direkt schon wieder heilen, eh. Die Heiltränke bringen gar nicht mehr so viel. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir noch 5, 6 Löffel aufsteigen. Da brauchen wir wahrscheinlich 20 Heiltränke, um voll zu werden. Zumindest 20 von den kleinen Heiltränken. Da vorne sind noch ein paar von diesen komischen Käfern. Die hauen wir auch mal platt. So, komm hier. Hat er eigentlich was dabei? Da liegen noch Heilpflanzen. Aber die wollte ich eigentlich gar nicht einsammeln. Da ist nichts zu holen. Diese Käfer haben also nichts. Ich kann mir das einfach nicht merken. Hallo, was war das? Da hat doch irgendjemand sein Schwert gezogen. Wo war das? Hier unten etwa? Da sind auf jeden Fall Menschen. Sind mit Sicherheit Diebe. Wo kommt man denn dahin? Da muss ich nochmal schnell auf die Karte schauen. Ach, da unten im Wald. Hm, das ist jetzt die Frage. Keine Ahnung. Ich will da jetzt ungern runtergehen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da von hier aus überhaupt runterkommen. Wir werden uns wahrscheinlich den Hals brechen, wenn ich da von hier aus rinspringe. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Wölfe. Ja, ich bin jetzt auf eure Tipps angewiesen. Das merkt ihr wahrscheinlich schon. Wie es dann weitergeht. Beziehungsweise, ich kenne da auch keine Gnade und schaue mal kurz in die Lösung rein. Zumindest den kleinen Schritt, wie es denn jetzt weitergeht. Auf der Suche mit dem Wassermagier. Und so lange werden wir einfach noch ein paar Gegner rumkloppen. Wir brauchen ja sowieso Erfahrungspunkte, und zwar jede Menge, damit wir im Level noch aufsteigen. Denn diese Orks im Mienthal, die müssen wir auch alle noch platt machen. Und da sind wir momentan noch ein bisschen schwach vielleicht. So, wir sind hin. Diesmal habe ich es mir gemerkt, die kann ich nicht einsammeln. Beziehungsweise, da kann ich nichts von einsammeln. Und hier geht es runter. Also, wenn wir jetzt zu diesen Dieben oder was es waren runtergehen wollen, da können wir hier runtergehen. Da vorne ist auch noch ein Suchender. Und noch Bluffling. Ey, leck mich doch am Arsch. Das volle Programm hier. Die werden wir jetzt erstmal erledigen. Für den kleinen Appetit zwischendurch sozusagen. Du auch noch. Sehr schön. So, und hier muss doch irgendwo die Stelle sein, wo wir in der vorletzten Folge, glaube ich, war das an Land gegangen sind. Hier sind noch Scavenger. Die werde ich mir auch nochmal zu Gemüte führen. Meine kleinen Freunde. Eigentlich finde ich sie ja niedlich, ja. Aber wenn sie mich immer angreifen, dann muss ich halt draufhauen. Tut mir leid. Auch wenn ihr süße Kerlchen seid. Und da haben wir noch mehr. Noch Wölfe. So lässt sich Gothic spielen. Das gefällt mir. Am Anfang, das war ja so ein grausames Spielen. Wir haben auch gerade eine Steintafel gefunden. Am Anfang, das war so grausam, aber jetzt geht es mittlerweile. Also ich meine mit dem Siegen von Gegnern. So, und den werden wir jetzt direkt mal so umhauen, ohne vorher zu speichern. Aber ein Heildrang könnte ich mir noch einballern. Sicher ist das. Also sicher ist das sicherer. Kryo labert schon mit der Schwachsinn, ey. So, mein Freund, komm. Oh, halt die Schnauze jetzt hier. Der Meister will deinen Kopf. Niemand wird dich jetzt noch rennen können. Das haben schon viele vor dir gesagt, mein Freund. Alter, wie viel hält der denn aus, ey? Aber zumindest, obwohl er mit einem Feuerball, obwohl er einen Feuerball gezaubert hat, hat er uns keine Schaden gemacht. Auch nicht schlecht. Da ist noch ein Käfer. Aber irgendwie vermisse ich momentan die gefährlichen Viecher. Wir sehen hier nur diese Schwachen. Da ist hier, da ist dieser Bauernhof, ne? Und wir gehen jetzt einfach mal weiter, wo wir vorhin diese Menschen unten gesehen haben, von denen ich denke, dass sie uns nicht freundlich gesonnen sind. Und deswegen werden wir an dieser Stelle nochmal speichern. So, hier. Nochmal mal hier, das Test machen wir mal weg. Die 156. Und wir ziehen am besten direkt schon mal die Waffe. Ja, da kommen sie auch an, ey. Die Schweinepriester. Oh, das sind zu viele, ey. Der ist ein bisschen stärker, hier der Penner. Komm her. Komm. So, da hinten ist noch so ein Bogenschütze. Den werden wir auch kalt machen. Ha, ha, ha. Wir haben sie alle kalt gemacht. Oh, und da schießt doch noch jemand. Wo kommt der denn her? Wo sind die denn? Da schießt doch noch jemand. Ist da oben noch jemand? Ne, wir waren doch da oben. Oder bin ich ein bisschen bescheuert? Hm, jetzt schießt nichts mehr. Keine Ahnung. Scheinbar nur alles Einbildung gewesen. Gegen der Banditen. Sehr schön. Da gibt es noch ein bisschen mehr zum Einsammeln. Ja, das macht Spaß, wenn man nicht mehr an jeder Stelle stirbt und nicht mehr die ganze Zeit abspeichern muss. Scheiße. Wir brauchen unbedingt das Talent zum Schlösserknacken. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir rennen hier an den ganzen geilen Sachen vorbei wahrscheinlich. Und das Problem, was ich habe, ist, dass wir hier höchstens nochmal durch Zufall hinkommen werden. So, da liegen noch ein paar Fälle rum. Irgendeinen Abschiedsbrief habe ich eben gesehen. Der Fell eines Schattenläufers. Das ist viel wert. Den Abschiedsbrief, den werden wir uns gleich mal betrachten, glaube ich. So, wir gehen hier wieder raus. Wir müssen da vorne noch diese Saubande ausrauben. Und zwar nichts Gescheites dabei, aber auch Kleinvieh macht Mist. So, ein bisschen Kohle. Jawohl. Und da sind, glaube ich, schon noch mehr. Wenn ich sie dann finde, liegen jetzt wahrscheinlich hier irgendwo im Gestrüpp verstreut. Oder waren das die letzten oder die ersten, die ich getötet habe? Eins, zwei, drei. Waren noch mehr gewesen? Keine Ahnung. Ist auch egal. Haben wir eh nur Schrott dabei. So, warte mal. Die Zeit ist schon wieder gekommen. Die Folge ist fast schon wieder vorbei. Ich will jetzt aber noch mal eins machen. Und zwar mit diesen Abschiedsbrief betrachten. Denn wenn ich jetzt wieder in drei Tagen erst wieder spiele, habe ich das Elend wieder schon längst vergessen. Deswegen will ich es jetzt gleich suchen. So, da ist doch was hier. Silvestros Notiz. Ne, das ist falsch. Hier sind verschiedene Karten. Steckbriefe, Landkarte, Steintafeln. Was haben wir hier? Alter Brief. Was gibt der Blutfliegen? Nachricht. Ah, das wird doch wohl hoffentlich nicht. Haltet alle Männer aus, die aus den Bergen kommen. Falls jemand in der Passe entlang kommt, ist das wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen. Er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kern im Auge. Ne, das ist doch das nicht. Das ist doch doof. Wahrscheinlich steht es hier gar nicht drin als Abschiedsbrief, sondern heißt irgendwie anders. Ich müsste mir das jetzt alles hier betrachten. Ein Bild vor mir. Silvestros Notiz. Das ist doch hier von so einem Paladin. Ja, kann es vergessen. Ach, da ist es doch. Lucias Abschiedsbrief. Liebster Elfrig. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir tut. Gut, ich weiß, dass du es nicht verstehen wirst, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser für uns beide ist, wenn du dir ein anständigeres Mädchen als mich suchst. Von dort, wo ich jetzt hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich, eine Dirne wie ich ist nichts für so einen aufrechten Kerl, wie du einer bist. Leb wohl, Lucia. Lucia, wir erinnern uns, da fehlt jemand aus diesem Bordell in Korinis. Gut, wir haben einen Abschiedsbrief gefunden, aber immer noch keine Hinweise, wo denn diese nette Frau hin ist. Keine Ahnung. Also wir haben eine neue Mission, beziehungsweise keine neue Version. Unsere Hauptmission ist natürlich... Ach du Scheiße. Ist natürlich... Oh weh, der macht mich jetzt kalt hier. Macht aber viel Schaden hier, lenkt mich doch am Arsch. Alter Schwede, da hau ich schon besser nochmal ab hier. Bevor jetzt... Ich glaube, da waren eben zwei Skelette, bevor mich das eine umhaut. Gut, was wollte ich sagen? Ja, wir haben hier eine neue Minim-Mission, da können wir nochmal zurück ins Bordell gehen und dort Bescheid sagen, dass wir diesen Brief gefunden haben. Aber unsere Hauptmission ist natürlich, einen Ersatz für Vatras zu finden. Und da, falls ihr da was wisst, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten schaue ich mal einen kurzen Blick in die Lösung, dass ich zumindest einen kleinen Anhaltspunkt habe, wo wir als nächstes hin müssen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns. Macht's gut. Wir sehen uns. 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 Wir sehen uns.